Musik Sehr informativ, sehr herzerwärmend, sehr aufklärend. I remember the first time we went with Bob Marley on the Wailers on tour. Bob thought we were three little birds and we should just do nothing else but sing. Our lips should never kiss, just sing. Yeah, that's what he said. Ich fühle mich mit ihnen verwandt. Kann man sagen, ja. Alles, was leidest du auch im Herzen? Ja, die haben recht. Musik ist das Beste, was ihm passieren kann. Dass man das Leben lang machen kann. Es ist natürlich auch schon im Fahrwasser vom Buena Vista Social Club. Oder? Den habe ich dann noch gesehen und bin wegen dem sogar auf Kuba. Ich war aber noch nie in Jamaika. Was mache ich jetzt? Schön, dass es so inspiriert hat. Aber in den mid-sixties, die Musik hat die Musik verändert. In einem slowen Rhythm. Das heißt Rocksteady. Die Idee, dass man den Rhythmus verlangsamt, ist natürlich einem Berner Herz entgegen gekommen. Das kann ich nicht sagen. Und insofern habe ich im Regen sehr viel zu verdanken. Weil mein erstes Hit ist die Seinesliebe vom Teddybär und die zweite auch vom Kiosk. Das ist Regen. Oder? I think that is what Rocksteady is all about. Calm and easy. Was würden Sie jetzt den breiten Massen mitgeben? Geht ihr unbedingt nach dem Film schauen? Ja, wir sollten kiffen, während dem Film. Ja. Da hat man ja extra darum gebeten, dass wir sie lassen. Ja, das ist ein Fehler. Das machen wir es jetzt in Jamaika nie.